Ab Dank, dass ihr mitgespielt habt. Versteht ihr, Gubani? Das ist wahre Freundschaft. Nicht wie eine sabbernde Statue dazustehen, wenn euer einziger Freund wie ein Sack Weizen weggeschleppt wird. Habt ihr wirklich den Mondsucker gestohlen? Gestohlen? Ich schätze, so könnte man es sehen. Sagen wir einfach, ich habe den Markt umgangen. Meiner Meinung nach verlangte der Händler einen völlig inakzeptablen Preis. Und deshalb habe ich meinen eigenen dafür festgelegt. Und Aaron, wie weit bist du mit deinem Update? Ich glaube nicht, dass der Händler das auch so sehen würde. Worüber kann sich der Händler denn beschweren? Er hat einen vollen Bauch. Wenn sie nichts zu essen bekommen, werden Gubani und ihre Schwestern äußerst unleidig. Wenn der leere Mond nicht wäre, hätten sie mich bei meiner Ankunft in Rotfell mit Haut und Haar verschwunden. Okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Der leere Mond? Manche nennen sie Diebe, aber das ist so ein unhöflicher Begriff. Die Arbeit des leeren Monds ist eher wohltätig. Sie besorgen Dinge für Leute, die sie sich nicht leisten können, ja? Hier, bringt diesen Marker zum verfallenen Tempel und schaut es euch selbst an. Was werdet ihr jetzt tun? Gubani und ich wissen, wenn wir nicht mehr willkommen sind, ja? Eine Nacht im Pranger mag nicht so schlimm sein, wie eine Pfote zu verlieren, aber trotzdem... Okay. Alles klar. Bleib wohl. Servus. Verzeiht, dass ich das sage, aber euch geht es offensichtlich gut. Hm, die FPS sind wieder super. Jetzt geht's wieder. Zunderschwanz hat mir dieses Siegel des leeren Mondes gegeben. Ich bin überrascht, dass er überhaupt noch einen zu vergeben hatte. Entschuldigt, das sollte ich erklären. Unsere Agenten geben sie den Gebrechlichen, damit kein Zweifel an ihrer Bedürftigkeit entsteht, wenn sie sich hilfesuchend an uns wenden. Zunderschwanz war sehr freigiebig mit seinen Markern. Zunderschwanz hat für euch gearbeitet? Wir dachten, es könnte nützlich sein, seine Senche-Tiger hier zu haben, für den Wachdienst und so. Aber wegen der Zuckersucht seiner Tiger und weil er Marker des leeren Mondes ausgibt, als ob es Bonbons wären, sind unsere Vorräte fast erschöpft. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Könnt ihr einem reichen Mann die Münzen aus der Tasche ziehen, ohne dass eure Hand daran kleben bleibt? Ähm. Dann sprecht mit Valir. Er ist oben. Er könnte etwas für euch haben. Ich will aber nicht stehlen. Ich sehe da einfach nur ein Kitty langstleichen. Ja, ja. Ich sehe, was du tust, Kitty. Hat Fadi euch geschickt? Sie denkt, vielleicht könnt ihr für uns arbeiten? Ich habe ge... Achso. Ich bin sogar nicht fertig. Ja, passt. Ich habe gehört, dass ihr denen helft, denen das Glück weniger heult ist. Hm. Ihr nehmt es. Es gehört immer noch mir, ja? Warum? Weil ich es euch nicht gegeben habe. Hm. Vielleicht. Nur springen bitte sie ja mit in der Fotos. Was? Wo? Ja, ja. Ist es dann immer noch meins? Nein. Was immer ihr auch gestohlen habt. Nahrung, Geld, um Nahrung zu kaufen. Seide, um sie gegen Nahrung zu tauschen. All das spielt keine Rolle, wenn es euch vor dem Tod bewahrt. Ihr seid ein Dieb. Glaubt ihr, dass wir für unser Brot arbeiten sollten, ja? Aber viele können nicht arbeiten. Sie sind krank, verletzt oder schlicht zu hungrig. Der leere Mond gibt ihnen, was sie brauchen. Vielleicht ist es falsch, von uns zu stehlen. Aber wenn die Welt ein tugendhafterer Ort wäre, bräuchten wir es auch nicht zu tun. Hm, was halten die Händler von eurer Barmherzigkeit? Hm, viele von ihnen wissen zu schätzen, was wir tun. Manchmal geht es auch einem Händler schlecht. Seine Waren sind minderwertig oder der Preis des Zuckers ist zu hoch. Dann braucht er uns auch, ja? Aber was ist mit euch? Seid ihr immer noch daran interessiert, dem leeren Mond zu helfen? Ich werde helfen, so gut ich nur kann. Aber ich werde nicht für euch stehen. Da ist bei mir ein Programm im Weg. Natürlich, natürlich. Ähm, nun, ich hatte darauf gehofft, dass ihr mir bei einer eher delikaten Angelegenheit helfen könntet, die sich ergeben hat. Das stimmt nicht. Schanra, der Anführer der hiesigen Händler, hat gedroht, den Talmor zur Hilfe zu rufen. Das ist ein Problem. Judes Streitwagen weiß, dass wir einen wertvollen Dienst leisten. Der Talmor wird wahrscheinlich anderer Meinung sein. Wir müssen Schanra umstimmen. Schöpricht halt etwas Konkretes vor. Dieser Ort war nicht immer ein Handelsposten. Er wurde auf einem Grabmal errichtet, dessen zahlreiche Fallen es seit Generationen vor Eindringlingen geschützt haben. Wenn die Geschichten wahr sind, dann finden sich in ihm ungeahnte Reichtümer. Wir können sie benutzen, um Schanra zu überzeugen, Ruhe zu geben. Und wie kommen wir hinein? Da liegt das Problem, ja? Der einzige Eingang zum Grabmal liegt in Jodes Halle. Und dort wimmelt es von Wachen. Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten, um in das Grabmal zu gelangen. Was soll ich tun? Geht zu Jodes Halle und sprecht mit Tulira. Wenn ich mich nicht irre, ist sie über die Entscheidung von Schanra genauso unglücklich wie ich. Sobald ihr drinnen seid, solltet ihr alle Schätze bergen, die ihr findet, und sie hier zu mir zurückbringen. Okay. Vielen Dank, meine Freundin. Auch wenn schon viele versucht haben, den Spießrutenlauf aus Fallen zu überwinden, ist doch nie einer zurückgekehrt, um davon zu berichten. Es liegen viele Gefahren vor euch. Seid vorsichtig. Kitty, ich sehe dich. Aber geile Rüstung. Will auch. Aber gut, ich bin mit meinem Oldfield gerade zufrieden. Yay, ich habe alle Wegschreine. Habt ihr schon gehört, dass Rajins Umhang in der Fallenest die Winterstätte entdeckt worden ist? Da hin. Ich suche nach einer vermissten Lieferung. Baumschatten-Exporte. Ah, die Kiste. Ich habe sie selbst überprüft. Sie machte seltsame Geräusche. Ein Zirpen, wenn ich mich recht erinnere. Sie war eindeutig mit irgendwas verseucht. Also haben wir sie zur Entsorgung auf den Müllhaufen geschmissen. Das ist das Risiko für unsere... Alles klar, Kitty. Versteht ihr? Wo ist sie jetzt? ...etwas abseits bei den anderen beschlagnahmten Lieferungen, die vernichtet werden sollen. Ihr könnt sie mitnehmen, wenn ihr das Risiko auf euch nehmen wollt. Aber ich kann für eure Sicherheit nicht garantieren. Aber es ist eine Sache weniger, um die ich mich kümmern muss. Also nehmt sie gerne mit. Ich werde nach der Lieferung suchen. Wenn die Lieferung nicht schon vernichtet wurde, dann sollte sie auf dem Haufen beim Wasserfall liegen. Warum hast du so viele coole Sachen, Kitty? Ich habe gar nichts. Ich habe sowas wie... Das ist eins hässlicher als das andere. Und das hier geht dann sicher noch. Das ist... Das ist jetzt auch nicht so berauschend. Das ist ja auch nicht. Das ist... Mist. Das ist auch ebenso. Ja gut, das hat noch was. Aber ich bin halt keine Magierin. Die sind ein bisschen passend. Ja, das ist noch ganz okay. Das finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Das ist hübsch. Aber ich kann es langsam nicht mehr sehen. Das geht auch noch. Aber... Hm? Das ist ganz cool. Und das ist jetzt auch ganz cool. Ich mag meinen Ausschnitt. Ich will meinen Ausschnitt buchen. Ich glaube nicht, dass ich nicht fertig werde. Hm? Ah, da hinten muss ich hin. Der hinten ist Wasserfall. Der hinten ist Wasserfall. Okay. Okay. was wollte ich gerade noch machen ich habe doch keine ahnung mehr was es war weil ihr habt mich ja interessant um euch zu treffen wirklich dann müsst ihr der neuankömmling sein von dem alle sprechen beeindruckende arbeit sagt mir habt ihr die wahrheit über zunderschwanz gesagt oder wolltet ihr nur einen eurer kameraden decken das was ich gesagt habe war wirklich ich frage mich ob ich euren worten glauben kann eine ehrliche die bin scheint ein widerspruch in sich zu sein sei es drum verraten mir eines warum seid ihr gekommen verlieren möchte dass ich das grad mal betreten warum würde er so etwas fordern wollen er kennt die gefahren er glaubt es wäre der 1 der einzige weg um die meinung von shanra über den talmord zu ändern ich verstehe der schatz von anabi könnte sicherlich sehr überzeugend sein es könnte unsere einzige chance sein um den talmoor aus unseren angelegenheiten herauszuhalten ich werde euch den ok wunderst du mich dass kitty schon vor mir ist au ach komm leck mich am ja manchmal wäre ich auch gerne katze aber in diesem spiel die blickte in polen der nachthimmel im mund scheinen erfüllt ihre augen sie wusste was zu tun war viele munde übte sie und sprang über hügel den täler und den bergwipfel dann konnte sie nicht mehr höher springen und flog beinahe als als dieses reich des vergessens stöperte schienen alles verloren zwillinge sahen sie und fingen sie in ihren armen auf anabi nahm das licht von johne und sprang wieder nach nirn die mone sahen was sie genommen hatte und folgten ihr wobei sie in einer spirale über den himmel tanzten gerade als es schien dass sie sie erwischen könnten erwischen könnten breiten sie zusammen bewegten sich nicht mehr als sie sah wie die zwillinge ineinander verheddert waren nahm anabi auch noch das licht von johle gerade wollte sie wirklich wieder gehen als sie von den monden ergriffen wurde nah wie flehte sie an sie nach künken nur gott zurückzubringen und das denn das war das land ihrer geburt unter der bedingung dass sie nie mehr versuchen würde in das licht zu stehen verstehen er brachte die munde sie in ihre heimat zurück seit dieser zeit ist die stürm von anabi mit schweinsten sternen staub bedeckt erinnerung an ihren schwur niemals mehr die sterne zu besuchen ähm was viel spaß beim lösen na danke ähm 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 ah jetzt gleich schlafen ok 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 sorry War doch leicht, kinderleicht! Wie spät ist es? Ja gut, dann... Du brauchst da aber wahrscheinlich doch ein bisschen länger. Ich muss... Lira und Valir arbeiten zusammen? Ponavi, hättet ihr gedacht, dass wir das noch erleben? Nein, Chandra! Kommt schon, lächelt! Eine so vielversprechende Allianz kann doch nur gut sein! Weise Worte, Chandra! Wie schmeichelhaft, erzählt! Warum habt ihr mich hierher gerufen? Wir haben ein Geschenk für euch, Chandra! Um unsere Zuneigung zu zeigen und unsere Freundschaft zu ver... Und ich glaube, es ist gerade angekommen! Meine Freundin, wenn ihr so gut seid... Ja, ja! Chandra ist geehrt! Sagt mir, was habt ihr mitgebracht? Gewürze? Edelsteine vielleicht? Woher habt ihr nur diesen wunderbaren Edelstein? Aus dem Grab von Anabi! Den Legenden zufolge wurde hier Yone von einem Lichtblitz getroffen. Nur für eine einzige Sekunde wandte sie sich von Traurigkeit übermannt von ihrem Zwilling ab und vergoss eine einzelne Träne. Yoda wischte sie ihr von der Wange und sie fiel hinab in die Wüste darunter. Yones Träne. Was für ein wunderschöner Edelstein! Ist das wahr? Natürlich nicht! Das ist nur eine schön ausgeschmückte Geschichte! Ich bin kein Katzenspinn... Was? Iron, was für Katzenspinn... aus einem Wahllastang geschnitten! Aber trotzdem schön, oder? Und man wird einen guten Preis dafür bekommen! Ihr erweist euren Freunden alle Ehre! Ein solcher Preis verdient eine angemessene Belohnung! Was könnte das sein? Ich dachte, euch würde vielleicht etwas vorgeben... Da ihr ja all die Mühen auf euch genommen habt... ...und dieses kostbare Juwel zu erringen. Nennt mir euren Preis! Ruf nicht den Talmor herbei! Lass den leeren Mohn seine Arbeit in Rotfeld fortsetzen! Ah! Gerissen und treu! Eine seltene Kombination! Wo landen? Ich ziehe es ohnehin vor, dass mir der Talmor nicht über die Schulter schaut! Stattdessen werden wir in Jodes Streitwagen investieren! Unsere Schatztruhen müssen schließlich immer noch bewacht werden! Ja? Äh... Was meint ihr? So wie der leere Mond der Zeit zunimmt, ist es nur richtig, dass wir die Waage wieder ins Gleichgewicht bringen! Wir werden beträchtliches Kapital darin investieren, unsere hochverwerteten Beschützer weiterhin zu unterstützen! Sonst, äh... Oh Gott! Will ich es mir angucken? Oh mein Gott! Warum können Spinnen nicht so aussehen? Oh mein Gott! Die sind cool! Okay, wobei die eine sehr creepy ist, aber... Also irgendwie... Wir haben nicht was! Wir haben nicht was! Die sind echt cute! Wuch! Meine gute Freundin! Ihr habt so viel für uns getan und so wenig im Gegenzug verlangt! Wenn all meine Agenten so talentiert und selbstlos wären, könnten wir unseren Dienst der ganzen Welt anbieten! Freut mich, dass ich zu Dienst sein konnte! Da Shanra nun besänftigt wurde, werden wir weiterhin das tun, was wir am besten können! Auch wenn ich mir sicher bin, dass Jodisch Streitwagen versuchen wird, uns aufzuhalten, werden sie uns doch niemals ganz ausmerzen, ja? Vielen Dank, meine Freundin! Ohne eure Hilfe wären wir nicht hier! Ja, noch Elder Scrolls durften! Noch sind wir bei Elder Scrolls! Aber nicht mehr lange! Nicht mehr lange! Ich hab die Funk gefunden! Sie war mit Schwamern versorgt! Sehr gut! Aber Dufte, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust! Hinten ist noch irgendwas! Ich muss sie zurückhaben! Sie ist alles, was mir noch geblieben ist! Eigentlich ja immer montags! Wenn ich mich mehr dran halten würde! Äh, wo liegt denn das Problem? Meine Tochter Lara See! Banditen haben sie entführt! Und ich habe nicht genug Gold, um das Lösegeld zu bezahlen! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Habt ihr zu den Wachen erzählt? Nein, das bringt nichts! Die Wachen stecken mit den Briganten unter einer Decke! Sie werden bestochen! Bitte, niemand sonst kann mir helfen! Ich werde euch helfen! Ich werde euch helfen! Wo soll ich suchen? Ich glaube, sie halten meine Tochter in einem nahen Lager gefangen! Ihr müsst ihr helfen! Das ist wieder dieser Lessio! Das ist das komische Sendschreiben! Sie werden zufällig! Geht ihr? Oh, hoppla. Nein. Oh, dezent flüchtig. Nur dezent, ja. Mir geht's immer gut. Den Rest, das ist doch nochmal in den Monat-WiO-W zu holen. Ah. Ja, wieso nicht, ne? Huch. Da ist eine Himmelschlerbe, die will ich mir kurz holen. Ich kann mir leider kein WoW leisten. Oh, Buch. Da ist ein Buch, da ist ein Buch, da ist ein Buch. Nein. Oh Gott. Wie irgendwas komisch ist, da hat er die ganze Zeit geduscht. Kann ich einmal was nachgucken? Äh, das neue Erinnerung kommt ja bald und die meiste Erinnerung kann man ja jetzt testen. So, warum nicht? Ich würde es ja auch spielen, aber... Ja. Mani sagt nein. Was habe ich da überhaupt bekommen? So. So. Die Menschen, die haben von Gratwald. Habe ich alle? Oh mein Gott, ich habe alle. Ja. Aber selten. Äh... Ich habe halt überhaupt keine Ahnung davon. Ist bei mir jetzt halt schon wieder eine Ewigkeit her, dass ich nicht gespielt habe. Der Wille ist da. Seid ihr hier, um mir zu helfen? Was? Bitte beeilt euch. Was ist da? Schnell, bindet mich los. Sie könnten jeden... Nello hat noch eine Arme mitfühlende Seele geschickt, die uns kommt her. Dufte, jetzt fang du nicht auch schon mit sowas an. Reicht das ein, wenn das... ...da auf ganz komple Ideen kommt. Fangst du nicht auch noch damit an? Meine ganze Kriegerstehlung ist für Po alles nochmal neu machen. Wie ein Emo-Selt. No, arm als Giddy. Ich fühle mich angegriffen. Äh... Findet mir Wahl für die Verströmmung von... Achso, da. Guckt er eigentlich die ganze Zeit schon drauf. Wieder zurück. Du solltest dich eher deswegen angegriffen fühlen, weil ich immer noch auf dir reite, obwohl du einen kranken Rückenholz hast. Und es dir allgemein nicht gut geht. Dennoch reite ich auf dir. Deswegen musstest du dich angegriffen fühlen. Und weil du... ... in die Kamera kotzt. Entschuldigung. Ich höre schon auf. Dann lasse ich nur kleine schwarze Katze verschicken. Ja. Vor allem das nur. Was macht ihr hier? Das nur, Iron. Warum möchtet ihr nicht meine Tochter? Ihr wolltet mich überfallen lassen. Wartet. Ihr versteht das nicht. Sie haben mich gezwungen, es zu tun. Ich meine... Ja, sie haben mir das schon drauf wieder drückt. Aber welche Wahl hatte ich denn? Sie haben gedroht, mir alles zu rauchen, was ich besitze. Ich bringe euch zur Obrigkeit. Alles, was ihr wollt. Selbstverständlich habe ich nicht ein Goldstück von dem... Das ignoriert ihr gekonnt. Ich bin ein Fuchs. Kein Trampettier. Du hast einmal gesagt, dass deine Mama, glaube ich, dich als Trampettier bezeichnet hat. vor Ewigkeiten. Und es hat sich nun mal ergeben, zufälligerweise habe ich genau in dem Stream, wo du das erzählt hast, einen Kamel aus den Kisten gekriegt. Also... Ne? 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 Das interessiert mich, mein geschwätzter Gäste. Ihr tattest es? Da? Ich will doch nur erklären, warum es so ist, wie es ist. Fertig. Ich werde darüber nachdenken. Lasst uns gehen. Denkt ganz genau nach. Es würde sich für euch lohnen, und ich verspreche niemals, die wir uns mit diesen Barbieten zu schaffen zu haben. Ihr müsst mich nicht anzeigen. Bringt mich einfach nach draußen hinters Haus, und ich gebe euch alles aus meinem Versteck. Ne? Oh, Scheiße. Ich werde gejagt, ich werde gejagt, ich werde gejagt, ich werde gejagt. Äh, hi. Ich habe hier jemanden, der die festnehmen müsste. Das Nello, der Gast wird, der ist doch ein aufrechter Böllner. Nein! Ich habe gehört, sie hätte bei seiner Bergung ihr Leben nicht. Nein, komm, mach. Entschuldigung, ich muss auch ausges... Ja, klar, jetzt hat das Viech ab! Egal. Egal. Und machte wie in der Politik alles, was er früher gesagt hat. Das ist nur Behauptung von den anderen. Ja. So in etwa. So, da habe ich dann noch was Schwarzes. Ach ja, Korberg muss ich noch abschließen. Da ist dann noch irgendwo eine Quest. Korberg. Huch, nein, ich will woanders schon eine Reise hin machen. Und zwar einmal zum Wegschreien von Edenwoods. Ich habe einen Zuckerschock, mein Kater hockt auf der Schoß, schaut zu mir hoch und legt ganz sanft ein Pfötchen auf meinen Arm. Ja, da kann man nur Zuckerschock kriegen. Warum laufe ich zu Fuß? Aaron, angetreten! Brauch' dich! Ihr seid nun berüchtigt, ihr werdet nicht länger vom Gesetz angegriffen, gedünstet. Ich habe eure vermisste Lieferung im Rotfallhandelsposten gefunden. War es wieder die Einfuhrsteuer? Ich dachte, ich hätte sie schon vor Wochen bezahlt. Ich habe mir gedacht, wenn ich das den Vorgang beschleunigen würde. Meine Kundin ist nicht wirklich eine geduldige Dame und ich möchte sie nur höchst ungern verärgern. Als ich sie aufgehoben habe, wurde ich von einem Quama angegriffen. Quama? Im Po. Nee, nix im Po. Oder hast du den Finger im Po? Sie wird auch eure Bezahlung haben. Und versucht sie nicht anzustarren. Sie lässt sich leicht ablenken. Okay. Hoch. Dieser Hut. Der Hut geht alles. Toll, wie der ein Arsch da wird. Mexikoy. Genau darauf wollte ich hinaus. Ihr wisst einfach, was ich meine. Schön. Huch. Okay, kurzzeitiger Ladebildschirm. Ähm. Okay. Aber wie weit ist ein Update? Keine Kater mehr. Ich glaube, die haben Hunger. Oh, Katzen haben immer Hunger. Wo ist der Po eigentlich in Italien? Ja, gut. 75. Ja. Ja, gut. Ihr stinkt nach Quama-Säften. Warum kommt ihr nicht rein und verbringt ein wenig Zeit mit eurer Oma Lüchse? Oma! Ja, Mensch, du bist aber jetzt alt geworden. Ich habe meinen Herz aus mit frischem Gehirn einen Topf fertig. Oder mögt ihr es schwach und roh? Und zappelnd! Verhalte dein garstiges Essen. Oh Gott, ey. Also meine Oma hat sich ein bisschen verändert. Oma Lüchse. Okay. Oh, Alter. Diese Frau, ey. Erwartet ihr eine Lieferung von Intoras? Das ist die Mutter von Gollum. Die Mutter von Gollum. Darauf verlegen, Trollhirn und Madensuppe zu essen. Und meine Träger haben bereits ihren köstlich verwissten Geschmack. Alter Iron. Bitsch, Oma. Du lebst ja noch, dass du wärst im Moor verwest. Hm. Ja, halt. Schöne Moorleiche. Ähm. Heißt das? Ihr wollt das nicht? Natürlich will ich es. Gießt es einfach in den Eintopf da drüben. Und wenn etwas zu entwischen versucht, dann verspeist es ruhig als kleines Trinkgeld. Oh. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch etwas Zeit mit eurer alten Großmutter Lüchse reichen. Ich hab' ja nicht gesagt, dass es nicht stimmt. Das hast du recht damit. Oh Gott. Ach so, Omi. Kannst du das caterieren? Du kannst ja nicht, ob du da auf Kari verzichten. Ähm. Ähm, Entoras meinte, ihr würdet mich bei Erhalt der Lieferung bezahlen. Wollt ihr eurer lieben alten Oma Lüchse denn nicht etwas Gesellschaft leisten? Ähm. Oder stört euch der Geruch der kochenden Quammer? Ist ihr ein bisschen zu kräftig für euer empfindliches Näschen? Nun ja, dann lasse ich mir eben alles ganz alleine schminken. Das ist doch alter, oder was? Das mache ich immer. Also, Omi, ähm, du, was schön dich nach Jahren noch wieder. zu sehen, aber, weißt du, ich habe da noch einen Termin und ich glaube, ich, ähm, gehe lieber. Ich nehme das Geld und, ähm, verdünnisiere mich mal, ja? Warum seid ihr noch hier? Ja, du, das frage ich mich auch. Was ihr seht, hm? Wollt ihr etwas Zeit mit eurem alten Großmütterchen Nalyxe verbringen? Ähm. Nee, Omi. Ähm. Du, ich, ich gehe. Ich wünsche dir zum Abschied alles Gute. Lauf. Einfach weg hier. Schnell weg hier. Ab zur Straße. Halt in die Hand und lauf. Ich renne hier schon. Ich renne hier schon. Oh, 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 oh. Hilfe. Omi wollte die fressen. Uh, Womps sind Propheten. Ich gehe auch so weit weg da rauf. Okay. Okay. Habe ich beim Volk irgendwas? Nö. Man ist schneller. Ah. Kann ich auch verwenden. Ach ja. Schön war es bei Omi. Mensch, das tat richtig gut, Omi mal wieder zu sehen. So. Vorher mich wieder nach da hinten. Du schreibst mal ein paar Strange Bilder. Das muss vertaut und verdrängt werden. Ja. Ja, war ganz gewaltig. Gut. Aber. Dann. Wechseln wir jetzt. Ich gehe jetzt einmal hoch. Werde frisch schon mal Gott Nacht sagen, falls ihr bald ins Bettchen hüpft. Kitty, du darfst dir gerne einen Titel überlegen. Wenn du das möchtest. 94 Prozent, dein Ernst. Ja, klar, jetzt rennt's. Okay. Wenn ich wieder da bin, sollte es schon wieder fertig sein, wahrscheinlich. Dann komme ich gleich einmal ganz kurz nochmal rein. Aber Kitty kann trotzdem schon mal Titel und alles ändern. Ich mache mir erst mal was zu essen. Weißt du, andere müssen da erst mal sacken lassen. Und du willst gleich essen. Ich glaube, hui. Okay, warte, dann gehe ich nochmal kurz rein. Bis dahin, hopp. Untertitelung des ZDF, 2020